hallo und herzlich willkommen ich bin heute auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel 11 ich habe schon runtergeladen ich werde es mal starten ich glaube das spiel wollte ich damals schon mal spielen wenn das das spiel ist einfach mal zurück gleich als facebook das ist doch besser elfen ja das ist das spiel ich möchte mal die elfen spielen das sieht genau aus als die Forge of Empires Das sieht auch so aus Nur bei Forge of Empires sind das Ringe Und hier sind das Bücher Interessant, interessant Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm Zwei Wohngebäude Geht das hier weg? Ah, noch mal drauf drücken 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 Ach, noch mal drauf drücken Ach, Werkstatt Werkstatt muss ich bauen Eine Werkstatt Ah, genau hierüber Das wird alles mal reich werden Oh, ist das groß Ah, hier sind Menschen Was ist das denn hier? Ah, noch mal drücken Ah, mehr drücken Ah, mehr drücken Ah, mehr drücken Das hat nichts anderes ganz leicht, jetzt gehe ich mal hier auf das Büchlein oder auf diese Papyrus und schaue nach was der Heine hier möchte, da möchte jetzt eine Wasserflasche haben produzieren da siehst du schon fertig, zack und die Stadt wächst, besitze vier Wohngebäude, ok mach mal und gleich eins hinterher na komm schon, komm schon Chabang, yes Steuern einsammeln jetzt muss ich warten super jetzt muss ich warten eine Werkstatt noch dazu könnt ihr kriegen, wenn ihr wollt so so schöne Wohnen beginne mit dem Ausbau zwei Wohngebäude ok die Quest machen wir dann noch und dann ist es ja schnell erledigt ausbauen 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 bam nice gut und das weitere kommt bestimmt morgen dann werden wir mal weiter schauen also also beenden wir das Spiel und holen unser Ticket oder mein Ticket da ist mein Ticket oh One Punch Man so ähnlich so vielen Dank fürs Zuschauen ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen ciao ciao